Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes DVDI-TECH-E8103 Minifunk. Videosystem, Speicherkarte Batterie Akkumodell, Sunnip V70 Auflösung, Fulgbildstabilisator, Optisch Bildschirmgröße in Zentimeter. 7,62 Bildschirmauflösung in Pixel. 921.600 Fotoauflösung in Pixel. 3.264 Sensorgröße. 23,5 x 15,6 Gesichtserkennung, Gesichtserkennung Fotoauflösung in Pixel. 4.912 Heuchstehbrennweite in Millimeter. 322 Aufnahmeformat, NBS SP. 16.9,4 3 Längste Hüberschlusszeit in S. 1,33 Chiptechnik, nein kürze Stehberschlusszeit in S. 1, 10.000 Digitaler Zoome. 2. Mi-Anschluss, JustCard, SDD-SDHC, StixCard Produkttyp, Camcorder niedrigste Brennweite in Millimeter. 29 maximale Blendetele. 6.3 maximale Blendeweitwinkel. 3.5 HD Videoformat, AVCHDMAXIMAL EPIXXXE. 16.7 Sensortyp, CMOSMEMOERY-Stick, NBSSP, MS ProHgames Pro3D-Tauglich, nein. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen.